frühe gast hat sich rausgeschmissen 5 uhr 10 alle morgen lieber keiner tja eichhörnchen war noch nicht da alles noch hier na mag sie jetzt jetzt hat sich aber gestreckt nein ach jetzt doch siehst du das ist doch schön kölnchen zum wiederholen mitnehmen keine angst weit weg gut gut